Jassi, blicken wir nochmal kurz zurück auf das Spiel in Lautern, haben 70 Minuten in Unterzahl, am Ende trotzdem den Punkt mitgenommen. Wie hast du das Spiel erlebt und wie war bei euch die Stimmung nach dem Abpfiff? Es war ein sehr intensives Spiel, aufgrund dessen, weil wir 70 Minuten in Unterzahl gespielt haben, völlig zu Unrecht meiner Meinung nach, weil das erstens keine rote Karte war, zweitens kein Foul und drittens Elfmeter sowieso nicht. Und wie sich dann die Mannschaft 70 Minuten dagegen gewehrt hat. Es war schon eindrucksvoll und es hat richtig Spaß gemacht, das von dahinten zu betrachten, wie wir uns in jeden Schuss geworfen haben. Und am Ende sagen wir auf jeden Fall, dass wir mit einem gewonnenen Punkt nach Hause gefahren sind. Wir müssen natürlich nochmal über den Elfmeter sprechen. Der war eigentlich nicht schlecht geschossen. Man hat das Gefühl, du bist relativ lange stehen geblieben, erst spät, rechts runter ins Eck. War das am Ende auch entscheidend, um das Ding zu halten? Ja, es war sicherlich mit entscheidend, aber es gab noch einige andere Themen, wo die Spieler sich echt taktisch unheimlich gut verhalten haben in der Defensive. Und das war alles mit der zusammenentscheiden, dass wir da den Punkt mitgeholt haben. Macht das trotzdem für dich persönlich so ein Punktgewinn nochmal schöner, wenn man das ganze Spiel über den Mittelpunkt stand? Also der Elfmeter war ja nicht die einzige gute Szene, die du hattest. Ja, es ist natürlich immer ein schönes Gefühl, wenn man gut spielt und der Mannschaft helfen kann. Und für uns als Mannschaft ist es immer auch wichtig, zu null zu spielen. Und wir haben jetzt in den letzten drei Spielen dreimal unentschieden gespielt, zweimal zu null gespielt. Nur gegen Wehen haben wir ein bisschen unglücklich zwei Tore kassiert, wo wir uns die Dinger quasi fast selber reinhauen. Was jetzt kein Vorwurf an die Mannschaft sein soll oder so. Es ist einfach, es zeigt, bei welcher Moral wir haben, dass wir hinten immer, wenn wir die Null halten quasi, dass wir immer Punkte mitnehmen können. Und auch meistens mal drei Punkte. Dieses Mal in Lautern war es schwierig, weil, wie gesagt, wir 70 Minuten lang in Unterzeiten gespielt haben. Und dann kamen noch die Platzverhältnisse dazu oder die Wetterverhältnisse. Das war auf jeden Fall nicht einfach. Letzte Frage trotzdem noch mal zum Elfmeter oder generell. Wir haben mal nachgeschaut, du hältst im Schnitt mehr als jeden Dritten. Hast du da ein generelles Rezept? Vielleicht ist es deine Körpergröße oder was hilft dir da? Ja, ich habe schon immer irgendwie ein gutes Gefühl bei Elfmetern gehabt. Ich habe es nie gemocht, immer mir vor dem Spiel gesagt, der könnte da einschießen. Ich war da nicht verunsichert, aber ich habe dann immer gesagt, lass mich besser mein Ding machen und sowas diesmal auch. Und es ist dann Gott sei Dank gut gegangen. Ich habe da irgendwie schon seit Kindesbeinen für sowas ein gutes Gefühl. Und bisher ist immer ganz gut gelaufen damit. Ja, gut für uns auf jeden Fall. Ja, du hast seit deiner Rückkehr in acht Spielen fünf Mal zu Null gespielt. Bist du jemand, der auch so sein Umfeld braucht, in dem man sich wohlfühlt, um immer die beste Leistung abzurufen? Ich denke, das gilt jetzt nicht nur für mich, das gilt für jeden Spieler. Wenn das Umfeld passt, dann schafft man es immer, sein Maximum rauszuholen. Ich habe jetzt nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mich hier wohlfühle, weil das ist einfach ein besonderer Verein. Und hier fühle ich mich heimisch und fühle mich zu Hause. Und von daher denke ich, spielt das auf jeden Fall schon mit dem Grund. Ja, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Das ist jetzt direkt am Sonntag gegen SV Meppen. Die sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Beste Rückrundenmannschaft. Erwartest du dementsprechend einen Gegner mit viel Selbstbewusstsein hier? Ja, definitiv. Wie du schon sagtest, es ist die beste Rückrundenmannschaft. Es wird kein einfaches Spiel. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt auch keine schlechte Rückrunde gespielt. Ich glaube sogar die zweite oder drittbeste Rückrundenmannschaft. Und von daher brauchen wir es vor keinem zu verstecken. Also wir wissen, was der Gegner drauf hat, dass sie gut drauf sind. Aber wir sind auch gut drauf. Von daher brauchen wir uns vor keinem zu verstecken. Gleichzeitig auch das letzte Spiel der englischen Woche. Wie ist das bei dir? Sagst du, ich mag das, alle drei, vier Tage zu spielen? Oder bist du froh, wenn es jetzt wieder übergeht in den normalen Wochenrhythmus? Ja, für mich ist es nicht so intensiv wie die Spieler zum Beispiel. Also mir macht das nicht so viel aus. Aber ich denke, für die Spieler ist das dann doch schon wieder ganz gut, wenn sie einen ganz normalen Wochenrhythmus haben. Also es macht schon Spaß, immer so alle drei, vier Tage zu spielen. Aber auf die Dauer wäre es für die Spieler zu intensiv einfach. Dann zuletzt nochmal weg vom Sportlichen. Wir haben uns das letzte Mal vor drei Monaten im Trainingslager unterhalten. Da warst du natürlich froh, wieder hier zu sein. Hattest einen guten Eindruck von der Mannschaft. Ja, jetzt drei Monate später hat sich das bestätigt. Und vor allem bist du wieder voll und ganz angekommen hier in Braunschweig. Ja, es hat sich definitiv bestätigt, weil man merkt diesen Geist in der Mannschaft. Der neue Geist, der lebt. Und dass wir einfach eine super Stimmung in der Mannschaft haben. Wir haben gar keine Gruppenbildungen in der Mannschaft. Das ist natürlich so ein Ding, wo man immer sagt, okay, schwierig wird dann schwierig. Aber wir haben das überhaupt nicht. Wir verstehen sich alle super und es macht einfach Spaß, jeden Tag ins Training zu gehen und jeden Tag mit den Jungs zu verbringen. Und ja, angekommen bin ich auf jeden Fall. Also ich wohne noch nicht in Braunschweig, aber es passiert auch demnächst. Alles klar. Dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg und natürlich erstmal am Sonntag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.